Hallo zusammen. Ich bin Lukas. Und ich bin Kevin. Wir haben unsere Lehre hier bei Laufen frisch abgeschlossen und zeigen euch jetzt, was wir hier alles gelernt haben. Kommt mit! Was mir an diesem Beruf besonders gefällt ist, dass es sehr abwechslungsreich ist. Ich bekomme meine Aufgaben jeweils im Voraus zuteilt und kann dann selbstständig arbeiten. Das Stapelfahren macht mir auch immer sehr Spass. Wenn man auf diesem Beruf arbeiten möchte, sollte man mit Zahlen umgehen, körperlich fit sein und Freude daran haben, in einem Team zu arbeiten. Interesse am Beruf und im Unternehmen sollte man natürlich auch haben. Während der Lehre durchläuft man alle Abteilungen der Logistik. Man lernt, Waren für die Welt wie den Transport vorbereiten, aber auch wie die Produkte aus unserer Produktion und Handelsware eingelagert werden. Das heisst, die Waren kommissionieren, bereitstellen für den Post- und Bahnversand, LKWs beladen und entladen, Waren entgegennehmen, kontrollieren und im System einbuchen und einlagern. Ich finde es hier gut, dass man dort arbeiten kann und dass wir ein sehr gutes Arbeitsklima im Team haben. Das war unser Alltag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls es dir gefallen hat, schick uns doch jetzt deine Bewerbung. Wir freuen uns auf dich. nicht auf dich wie ein wenig. Ich freue mich. Ich treffe nach euch für einen undetwaser andaufgegege. Ja, dust auf dich, deine Bewerbung. Ich nehme nные, deine Bewerbung.